Hallo, wie angekündigt, heute ein kleines Trade-Video. Ich versuche vielleicht die Woche sogar noch eines online zu bringen, aber das fand ich am heutigen Tag am spannendsten und interessantesten und ich möchte auch gleich zum Thema kommen, aber wie immer zuvor der Risikoinweis. All das, was ich hier aufzeige und kundtue, ist meine eigene, persönliche, private Meinung. Es ist keine Anlageempfehlung oder Investmentempfehlung und jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was auch immer er möchte. Kommen wir zu den Trade-Möglichkeiten, die sich heute ergeben bzw. heute ergeben haben. Im DAX habe ich mir den auch ein bisschen näher heute immer wieder angeguckt, aber da gab es jetzt nichts Spezielles im DAX, deswegen habe ich mir Gold mal ein bisschen näher angeschaut und was haben wir bei Gold? Ja, was können wir da sehen? Gold ist auf diesen langen roten Unterstützungslinien aufgeprallt, hat sich dann eine lange Dochtkerze gestern noch entwickelt, die im oberen Drittel geschlossen hat und daraufhin konnte man davon ausgehen, dass es heute nach oben geht. Es wird vermutlich auch morgen nochmal nach oben gehen und dann wird vermutlich die obere rote Linie wieder erreicht und dann wird es ganz spannend, denn hier kann Gold wieder nach unten abprallen oder endlich der Ausbruch nach oben stattfinden. Aber nicht mein Video vergessen, das ich vor ein paar Tagen online gestellt habe. Gold dürfte im September anfällig sein bzw. bleiben, daher Vorsicht. Gold ist einfach im September grundsätzlich statistisch betrachtet sehr schwach, darum bleibt es fraglich, ob hier wirklich ein Ausbruch nach oben möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach unten ist einfach größer und würde auch Sinn ergeben, dann kann man nochmal ein bisschen günstiger Edelmetalle in physischer Form nachkaufen, aber das wird dann erst die Zeit zeigen. Jedenfalls, dieses Dreieck ist mittlerweile sehr, sehr, sehr eng geworden und das wird in den kommenden Tagen ausbrechen. Ich werde den Ausbruch dann versuchen zu handeln und es bleibt hier spannend, weiter verfolgen kann man hier nur sagen und dann die Chance nutzen. Doch kommen wir heute zu einem konkreteren Trade und dabei handelt es sich um Euro, Neuseeland, Dollar. Ich finde das Muster sehr spannend. Ich habe hier ein sogenanntes Harmonie-Muster erhalten. Das ist dieses blaue Symbol, das eingezeichnet ist mit dem roten Viereck bzw. Quadrat. Es markiert einfach einen Punkt, wo der Markt nach oben dreht. Hier ist auch wirklich der Markt nach oben gedreht. Und nun ging es wieder in eine Korrektur über und ich möchte nun an diesen grünen Kreis, den ich eingezeichnet habe, eine Long-Position eingehen. Wie genau und wo genau, das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Aber ich suche hier nach einer Long-Chance bzw. habe bereits die erste Position getätigt und dann mal gucken, wie viel Potenzial nach oben vorhanden ist. Man wird es sehen. Jedenfalls für mich eine gute Chance und die sollte man im Auge behalten und vielleicht für den einen oder anderen auch ein ganz interessanter Trade. Damit war es das schon auch wieder mit dem Video. Ich möchte auch wieder allen eine schöne Woche noch wünschen und werde die Tage noch auf Twitter, Instagram oder hier auf YouTube noch etwas online stellen. Vielleicht der nächste Trade dann. In diesem Sinne, viel Erfolg an der Börse und viel Spaß.